Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Skimasken Tutorials ist back am Start für euch mit einem neuen Upload. Und heute wird es darum gehen, wie wir sämtliche Art von Problemen wie Crashing oder halt eben das Abstürzen lösen können. Und das Ganze heute in Halo. Bevor wir aber richtig mit dem Video starten, würde ich mich extremst darüber freuen, wenn ihr einen kleinen YouTuber wie mich unterstützen könntet, indem ihr einfach euch die ein, zwei Sekunden nehmt, unter das Video geht und auf den Abonnieren-Knopf drückt. Vielleicht schreibt ihr noch ein nettes Kommentar oder vielleicht auch, wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr das gerne auch machen und vielleicht ein Like auf dem Video da lässt. Wird mir als kleinen YouTuber auf meiner Reise extrem weiterhelfen. Und euch kostet es natürlich nichts. Mir wird es die Welt bedeuten. Und ja, ohne großartig viel rumzuquatschen, würde ich sagen, wir starten direkt ins Video. Also der erste Schritt, um diese Art von Problemen zu beheben, beziehungsweise, ja genau, um solche Art von Problemen zu lösen, wäre recht simpel. Und zwar nehmen wir hierfür einmal den Browser des Spiels her. Das ist jetzt egal, welchen ihr dafür habt. Es gibt natürlich mehrere Videos, wo wir das runterladen können. Und bei mir wäre das jetzt Team. Also ihr nehmt den jetzt mal oder nehmt den Browser und gebt ihn auf einen Lernspot auf eurem Desktop. Was ihr als nächstes machen werdet, ist recht simpel. Ihr werdet einen Rechtsklick auf den Browser machen. Schaut, dass es auch ausgewählt ist, dass sich dieser Tab hier öffnet, wo ihr dann ganz nach unten geht, wo dann bei euch Eigenschaften steht. Da klickt ihr drauf. Dann öffnet sich dieses kleine Fenster hier. In diesem Fenster haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich will, dass ihr auf Kompatibilität geht und meine Settings einfach kopiert. Also schauen wir es uns mal kurz an. Also wir gehen auf Kompatibilitätsmodus. Da werden wir dann das Ganze, das erste Hakel setzen, dass wir das Programm immer in Kompatibilitätsmodus führen. Und bei euch jetzt die letzte Version auswählt. Bei mir ist es jetzt nur Windows 8. Wenn es bei euch natürlich höher geht, ist es besser. Dann werdet ihr das mal auswählen. Dann werdet ihr das hier deaktivieren. Die nächsten beiden auch. Aktiviert das Programm immer als Administrator zu starten. Genau darum geht es eigentlich im Endeffekt. Und ihr werdet dann das hier auch noch deaktivieren. Ihr müsst dann nur noch auf Anwenden drücken. Das habe ich ja schon. Deshalb ist es bei mir ausgegraut. Und deshalb drücke ich jetzt mal auf OK. Damit dann dieses kleine Administratoren-Symbol auf eurem Launcher ist, müsst ihr natürlich eurem PC neu starten. Was ihr dann aber machen werdet, ist recht simpel. Ihr macht einen Doppelklick auf den Launcher, wenn das Symbol da auch steht. Dann startet ihr nämlich den Launcher im Administratoren-Modus. Und werdet dann euer Spiel über den Launcher starten. Und so wird sich wahrscheinlich schon euer Problem lösen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann nehmt ihr mal den Shortcut des Spiels. Ich habe den jetzt mal nicht am Desktop, aber es ist dasselbe Spiel. Nochmal Rechtsklick-Eigenschaften und die Kompatibilität und das Ganze nochmal kopieren und anwenden. Wenn das nicht geht, geht das auch so quasi händisch, manuell. Ihr macht einen Rechtsklick drauf und geht auf als Administrator starten. Und probiert das eben über den Launcher oder den Shortcut direkt. Wenn ihr mit dem Schritt fertig seid, ist es der nächste, den wir machen wollen. Und zwar ist das recht simpel. Wir gehen runter auf unsere Taskleiste oder ihr könnt auch überall sein. Je nachdem, bei mir ist es jetzt unten. Ihr geht drauf, drückt, dann macht es einen Rechtsklick drauf. Sieht schon, da kommt der Taskmanager, da klickt ihr dann mal alles drauf. Wenn der Taskmanager offen ist, will ich, dass ihr in die linke obere Ecke navigiert und einmal auf Prozesse drückt und schaut, dass sich dieses Fenster bei euch öffnet. Hier können wir sehen, die CPU und GPU-Auslastung. Wenn euer PC schlecht ist, und das ist auch wahrscheinlich einer der größten Gründe, warum ihr euer Spiel abschmiert, sage ich jetzt mal, müsst ihr dafür sorgen, dass jedes Spiel, was eine zu hohe GPU oder eine zu hohe CPU-Auslastung hat oder jeder Programm oder jeder Hintergrundprozess deaktiviert geschlossen wird. Natürlich, wenn er nichts mit Windows zu tun hat oder mit dem Spiel an sich. Also zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir an, das ist Google Chrome. Wir machen einen Rechtsklick, gehen auf Task beenden. Wenn ihr damit fertig seid, will ich, dass ihr auf Startup geht, also Autostart. Was ihr hier macht, ist auch, ich glaube, recht selbsterklärend. Bei schlechten PCs wollen wir so wenig Programme wie möglich im Hintergrund haben. Und wie ihr sehen könnt bei mir, bei diesem kleinen Pfeilchen hier unten, seht ihr, wie viele gerade im Hintergrund laufen. Und bei Autostart ist quasi, wie viele Programme sich mitstarten, wenn ihr euren PC startet. Und wie ihr sehen könnt, ist bei mir fast alles deaktiviert. Und das will ich, dass ihr das auch macht. Nur die Programme, die ihr wirklich braucht, wie zum Beispiel keine Razer Sign-Aps für eure Tastatur oder was auch immer, das könnt ihr natürlich im Hintergrund laufen lassen. Aber alle, wirklich 95 Prozent, versucht ihr ganz, ganz schnell abzuschalten, dass sich dann nichts im Hintergrund öffnet. Als letzten Schritt im Task Manager will ich, dass ihr auf Details geht. Und jetzt habe ich das Spiel natürlich nicht offen. Wenn aber euer Spiel, wenn das der Fall sein sollte, dass euer Spiel crasht, aber das Spiel noch im Hintergrund offen ist, dann ist natürlich das die Lösung jetzt dafür. Mal angenommen, ich habe es jetzt nicht gestartet, mal angenommen, euer Spiel ist hier sichtbar. Dann geht ihr auf Rechtsklick, also auf das Spiel drauf, geht dann auf Priorität setzen und ihr würdet dann entweder auf Höher als Normal oder Hoch gehen. Das müsst ihr für eurem PC ausprobieren, das ist von jedem PC unterschiedlich. Habt ihr das einmal gemacht, könnt ihr auch schon den Task Manager wieder schließen. Der nächste Schritt, den ich euch anraten würde, wäre, dass ihr in die linke untere Ecke navigiert oder auf die Windows-Taste drückt. Das heißt, ihr geht auf die Windows-Taste hier unten und geht dann auf Settings, also Einstellungen. Was ich bei euch jetzt haben wollen würde, ist, dass ihr auf Gaming geht. Und bei Gaming ganz, ganz wichtig, wir sind jetzt mal auf der Game Bar und wir schauen drauf, dass die Game Bar ausgeschaltet ist. Keiner von uns will die Game Bar, die saugt einfach nur Performance und vor allem bei schlechten PCs ganz, ganz schlecht die anzuhalten lassen. Lasst das bitte aus. Wenn wir damit fertig sind, gehen wir auf Captures, also Aufnahme mehr oder weniger. Wir gehen zu Background-Recording, also Hintergrund-Aufnahmen. Was wir hier machen, wir gehen zu dem im Hintergrund-Aufnehmen, während ich ein Spiel spiele und bitte achtet darauf, dass das ausgeschalten ist. Ich glaube, dass es selbst erklären, keiner will, dass jemand im Hintergrund euer Spiel aufnimmt. Also schaltet das erstmal aus, Audio, genau dasselbe von vorne. Wenn ihr was aufnehmt, verwendet, wie ich zum Beispiel OBS, also ein Programm, was dafür gemacht ist und nicht Windows. Ganz ehrlich, macht das nicht. Game Mode, ja, das ist jetzt, ich kann die einen sagen ja, die anderen sagen nein, ich sage euch eine Sache und zwar probiert es für jeden von euch aus. Bei mir ist es besser, wenn ich es anlasse, bei anderen ist es vielleicht besser, wenn sie es ausschalten. Probiert das einfach auf eurem PC aus und je nachdem, was am besten funktioniert, damit bleibt ihr dann, sage ich jetzt mal. Nächste Sache ist, ihr geht zurück wieder, geht auf System, also bei den Einstellungen und bleibt direkt mal bei Display. Was ich hier haben will, dass ihr euren Main-Monitor halt identifiziert. Das ist natürlich nur der Fall, wenn ihr jetzt mehr als einen habt, weil bei einem habt ihr nur einen, ich habe jetzt zwei. Das ist mein Gaming-Monitor, deshalb schaue ich, dass der auch ausgewählt ist. Wir gehen dann runter auf Scale & Layout, wo wir die Größe von Text-Apps und Other Items auf 100% wie vorgeschlagen oder wie empfohlen, ändern werden oder checken, dass es so stimmt. Display-Resolution auch ganz, ganz wichtig, Jungs. Wenn ihr in-game eine andere Auflösung habt, also euer Monitor, kann das ziemlich sicher dafür sorgen, dass euer Spiel abschmiert. Also schaut wirklich drauf, dass euer Monitor dieselbe Auflösung hat, wie euer Spiel in-Spiel. Zum Beispiel, wenn ihr in-Spiel 1720 mal 1080 habt zum Beispiel, dass ihr dasselbe auch hier halt habt. Das ist extrem, extrem wichtig. Gut, sind wir hier mal fertig, will ich, dass ihr zum Speicher geht. Was wir hier machen wollen, ist, wir gehen auf die blauen Texte. Das sagt, Configure Storage sends to run it now. Klicken wir da drauf und ihr werdet einfach mal meine Settings kopieren, wenn ihr das wollt. Also wir schalten das mal an. Also temporäre Daten werden dann gelöscht, wenn die App nicht verwendet wird. Das machen wir jede Woche. Hier alle 14 Tage, hier alle 60 Tage. Da unten könnt ihr die auf Bereinigen drücken. Ich mache das jetzt mal nicht, weil das etwas zu lange dauern würde. Aber das löscht im Endeffekt alle Daten, die ihr im Endeffekt nicht braucht momentan. Und das macht euren PC einfach smoother. Sind wir hiermit mal fertig, gehen wir wieder zurück. Gehen auf Update & Security. Und ich weiß, das wird extrem basisch klingen oder extrem basic einfach. Aber traut mir, Jungs, ihr müsst euren PC auf dem letzten Stand halten. Vor allem bei älteren PCs. Meiner ist auch schon sehr, sehr alt. Ich habe eine 1060 drinnen und das ganze Ding ist schon sechs Jahre alt. Das ist nicht an meinem Besten. Aber das rettet mir jedes Mal den Arsch. Wirklich. Versucht, bei diesem PC oder bei dem PC allgemein euren Driver immer auf dem letzten Stand zu halten. Das ist Windows. Wenn ihr Windows habt, wie ich jetzt gerade gesehen habe, auf dem letzten Stand, dann werdet ihr dasselbe für Nvidia GeForce machen. Das heißt, für eure Grafikkarte. Vielleicht habt ihr noch eine andere AMD oder was auch immer. Da werdet ihr einfach, wenn ihr Nvidia habt, geht ihr Nvidia GeForce rein, lädt euch den letzten Driver herunter, die letzte Version des Drivers. Und dann hat sich die Sache auch gegessen. Also ganz ehrlich, schaut, dass ihr das immer auf dem letzten Stand hält. Und dann wird auch nichts mehr schief gehen. Also das sind meine allgemeinen Settings, damit euer Crashing einfach minimiert wird. Und ja, das wäre es auch mal mit dem Video gewesen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann tut euch nicht wirklich den, tut euch dann nicht den Zwang an, aber schreibt mir gerne in die Kommentare, was, was euer Problem damit wäre. Ich schaue, ob ich das vielleicht auch privat mit euch lösen kann über Discord oder wie auch immer. Ja, wenn ihr Fragen habt, haut die in die Kommentare. Würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr einfach einen Kommentar schreiben würdet, für den Algo ein Like geben würdet, ein Abo geben würdet, wenn es bei euch funktioniert hat. Ich kann nicht immer versichern, dass es immer funktioniert. Zu 80% wird eines der genannten, einer der genannten Wege funktionieren. Wenn nicht, tut es mir auch leid. Ich bin auch nicht allwissend. Aber trotzdem habe ich versucht, euch zu helfen und darum geht es. Ja, das war es mit dem Video. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.